Hallo zusammen, jetzt geht es weiter Richtung Zeichnen mit Affinity Designer. Es gibt ja einige Zeichnungstutorials schon bei uns und ich möchte jetzt euch etwas weiteres zeigen, was mich vor allem persönlich sehr fasziniert. Ich habe es gerne, wenn ich mit dem Zeichenstiftwerkzeug zeichne, indem ich verschiedene dicken und dünnen, verschiedene Strichbreiten habe. Ich habe jetzt hier eine Illustration, die wir gemacht haben für ein Kinderbuch und man sieht jetzt hier zum Beispiel, wie gewisse Linien dünner und dicker sind. Und durch das habe ich eine interessante Linie, als wenn die ganze Linie einfach nur dieselbe Breite hat durch die ganze Zeichnung hindurch. Was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe mein Resultat in eine Ebene platziert. Das geht ja mit Datei platzieren und ich kann das jetzt auch unsichtbar machen, schnell. Und habe mir hier als zweites die Originalzeichnung reingetan. Und meine Aufgabe ist jetzt, das Ganze zu vektorisieren. Diese Technik kann man auch sehr gut benutzen für Logos, wenn man ein Logo vektorisieren muss zum Beispiel. Auch für das kann man das wunderbar gebrauchen. Ich habe jetzt hier eine neue Ebene bereits erstellt. Das kann man hier unten einfach machen mit Neue Ebene hinzufügen. Ich mache jetzt keine Pixelebene, sondern eine ganz normale Ebene, eine Vektorebene. Habe ich das aktiv? Nehme jetzt hier meinen Zeichenstift. Und sobald ich hier meinen Zeichenstift ausgewählt habe, sieht man hier oben, ich könnte jetzt da verschiedene Modis ändern. Ich könnte einen Stiftmodi nehmen, ich könnte einen Smartmodus nehmen, einen Polygonmodus etc. Ich persönlich habe ganz einfach den ganz normalen Stiftmodus. Meine persönliche Meinung ist immer so gross wie möglich, das ganze Objekt zu vergrössern. Dann klicke ich hier auf die Leertaste. Wenn ich die Leertaste herunterdrücke, kann ich nämlich die Figur wunderbar in die Mitte ziehen. Nehme wieder einen normalen Zeichenstift. Jetzt ist eigentlich mein Druck, kann ich auch hier übrigens machen, auf ganz normale Einstellung. Es ist alles genau gleich dünn und dick. Ich könnte auch nicht die Breite vergrössen, aber das hat mit dem Dicken und Dünnen nichts zu tun, sondern es ist eine regelmäßige Linie. Was ich jetzt aber mache ist, ich fange an mit Klick. Den zweiten Punkt mache ich sofort Klick ziehen. Wenn ich nämlich Klick ziehen mache, sieht man kommen diese lustigen Hebel und mit diesem lustigen Hebel kann ich sofort sagen, wie meine Rundung aussehen wird. Klick ziehen geht es weiter. Klick ziehen geht es weiter. Jetzt, wenn ich eine andere Richtung gehen möchte, geht es jetzt im Moment nicht, weil ich jetzt immer dann das Ganze ändern möchte. Eine Möglichkeit wäre, Ctrl Z zurück. Ich gehe hier hin und sage Klick. Da gibt es nämlich einen Eckpunkt. Ich klicke weiter. Klick ziehen. Klick ziehen. Klick ziehen. Klick. Jetzt, wenn ich die Form abschliessen möchte, gibt es die Möglichkeit 1, dass ich jetzt hier auf Verschieben Werkzeuge klicke. Könnte ich machen. Oder ich könnte auf die V-Taste drücken. Auch dann wird meine Form fertiggestellt. Dann wähle ich mal mein sogenanntes Knotenwerkzeug an. Das ist das hier oben. Ist direkt unten dran. Wähle das mal an und schiebe das ein bisschen in die Richtung. Und klicke das. Der eine Hebel in diese Richtung. Man sieht, hier habe ich einen Eckpunkt. Hier habe ich eine Rundung. Und jetzt geht es darum, ich möchte diese Breiten und Dicken anpassen. Wie ich vorher gezeigt habe, hat das mit dem Druck zu tun. Klicke hier entweder drauf auf Druck. Oder ich klicke hier oben auf die Kontur. Es ist eigentlich egal, ob ich jetzt durch dieses Bedienfeld arbeite oder ob ich durch dieses Bedienfeld arbeite. Es ist genau dasselbe. Es geht hier um die Kontur und um den Druck. Ich gehe hier rein. Öffne das. Ziehe mal den ganzen Profil nach unten. Gehe mal noch ein bisschen nach oben. Und dann sieht man schon, ich kann die ganzen Breiten anpassen. Verschieben, ändern. Geht es in der Dicke ein bisschen höher. Dann sieht man es besser. Und man sieht schon, aha, okay. Jetzt sieht man es langsam. Es ist nämlich hier dicker am Ende und dünner am Anfang. Gefällt mir ganz gut. Kann aber auch noch weiter mit diesen Druckknoten hier weiterarbeiten. Ich könnte jetzt auch noch sagen, ja, aber da will ich jetzt doch weniger haben, ganz am Ende. Das kann ich also jederzeit anpassen. Und durch das bekomme ich diesen lustigen Charakter, den ich bei meinen Illustrationen so mag, dass nicht jede Linie genau gleich dick oder dünn ist. Bis zum nächsten Mal.